Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League hier bei FiniZockt. Wir spielen ein Saisonspiel. Ich habe einfach mal angefangen und ja, ihr seht, 0-0, Spiel beginnt. Ich muss mir erst mal wieder einspielen. Ich habe jetzt mindestens sechs Wochen nicht mehr gespielt. Wax. Okay, das geht ja schon mal gut los. Ich gehe wie immer ins Tor und dann hoffen wir mal, dass das nicht so schnell in die Hose geht. Einmal hüpfen. Boing. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wie die Steuerung funktioniert. Sehr schön. Mach einen Abflug. Mein eigener Mann, ich weiß. So, jetzt mal gucken. Die Bude ist ja erst einmal gesichert. Da kommt so schnell nichts. Wir sind selber am... Oh, oh, ich sag's gerade noch. Da passiert's auch schon. Ähm. Ja. Sehr schön. Komm, mach ein Eigentor. Ach, schade. Äh, ja. Ich glaube, viel kann man bei Rocket League nicht reden. Äh, ja. Ich muss einfach spielen. Sag mal, hackt's jetzt. Jetzt hackt's aber wirklich. Äh, 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 verflixt. Oh, ein schöner Pass in die... Mit... Ach, daneben. Äh, ja. Wie man sieht, ich bin nicht gerade der Bro, was Rocket League angeht, aber... So, ein bisschen was reicht's dann doch. So, zu dem da in dem Fall jetzt gerade mal nicht, aber okay. Ich würde vorschlagen, Leute, erst einmal raus, damit nicht Schüter angreifen wollen. R im Himmel. Dammt. Daneben. Oh, wie ich es hasse. Dazu muss man sagen, ich spiele nicht mit Controller. Wie man sieht, spielen mit WASD ist sehr rucklich, aber, äh, ja. Trotzdem sollte man den Ball zumindest treffen. Jeha. Oh. Wieder nix. Das wird ein Tor. Ja. Das war klar, da hätte ich ran müssen. Nicht gut. Oh, verflixt. Äh, ja. Weg mit dem Drecksack. Nee, jetzt spielt der eigene Mann aufs Tor zu. Glück. Nein! Was war das denn? Wer war das? Wen muss ich Kiel holen? Ja, das hab ich gesehen. Sag mal, war das ein Eigentor? Ja, Heater. Ey, ich kill dich. Drecksack. Sehr romaine Spezial. Äh, äh, Fähigkeit. Ja, einfach mal. Rein draschen. so aus dem winkel wird das vermutlich nichts aber wir können bald zumindest mal in der richtung klopfen wenn auch in keine so gute aber okay sehr schön nee den hätte ich vielleicht nicht so gerne wieder zurück er darf gerne da vorne bleiben nein naja nein das hat er habe ich ja kommen sehen verdroschen hier ich kümmere mich darum dass wir nicht noch einen zweiten äh noch einen dritten kassieren jawohl sehr schön ausgleich 22 noch 150 auf der uhr fantastico ähm jawohl was war das denn für eine krumme nudel äh aha so habe ich auch noch nicht getroffen muss ich zugeben der war ja mal ja sehr krumm aber tor ist tor also da beschwere ich mich nicht das ist ja wohl klar und er geht auch rein wunderbar 4 2 doppelt getroffen das hört sich doch mal super an da haben wir die luken hier auf sperren und darauf geht's und schuss und noch ein tor ich glaube es nicht wieder so ein ding also jetzt habe ich echt einen lauf das muss ich jetzt mal ganz klar sagen der war schön krumm ja und der daneben getroschen okay ja gut aus der position wird es hoffentlich gleich noch eins zu 6 2 und latte nee tor da hätte ich mich fast noch selber ausgedrückt zwischendrin okay kriegen wir noch mal so ein krummes dingen sowie eben daneben gesprungen okay lassen wir den anderen doch auch mal wieder der chance überhaupt was zu machen außer zu kassieren weg mit das ding darf gerne in richtung tor gehen habe ich überhaupt kein problem damit jawohl team kamerad gut gemacht jawohl habe es zwar nicht gesehen aber tor ist tor 7 zu 2 was war das denn aha aha ach und dann hat einfach 22 und ball geprüft kommt auch mal vor über den ball gesäbelt noch eine minute net danke für diese information juckt mich was gerade mal überhaupt ob es der war zu krumm um wahr zu sein alter fall dazu kommen wir schon lang keinen mehr getroffen weg mit wo schießen denn die hin weg mit aufstehen bitte danke ach komm schon jawohl sehr schön die richtung stimmt schon mal einigermaßen aber was sage ich einigermaßen ist nicht richtig ja wohl also gewonnen unser thema ist express fünf tore das ist ja wohl zum an die wand hängen sehr schön dritter spieltag das hört sich doch schon mal sehr gut an okay ich würde sagen das reicht für heute und ich freue mich dass euch gefallen hat und deswegen wir sehen uns beim nächsten mal tschö tschö